So und damit herzlich willkommen zu unseren ersten offiziellen Minecraft Let's Play. Offiziell würde ich ja gerne mal betonen, ne? Gell? Oh, offiziell. Ach, ach, achso, die Aufnahme läuft. Nein, nein, nee, tut sie gar nicht. Gut. Ich tu grad nur so. Also, das ist der Matze. Ja, ich bin der Matze. Ja, der Matze. Hallo! Ja. Ja. Ich würd' mal sagen, wir fangen dann an damit hier Holz abzubauen, ne? Okay, gut, dann halt nicht. Okay, ja, okay. Wer zuerst ein Schwert hat, was? Ja, ja, ja. Ja, ich kümmere mich nur um die Achievements, ja. Die bringen einem auch sehr viel in Minecraft. Extrem, vor allem wenn man Minecraft deinstalliert, sind die eh wieder weg. Oh, da wär'n neues Update rauskommt dabei, ja? Hä? Hallo, Alter! Geh weg! Ma! Du hast angefangen! Du hast angefangen! Ja, das war geplant. Ja, ja, komm, lass immer die halben Bäume da stehen, ne? Ey, ich hab mir grad Dirt geholt, ja, ich wollte da grad hoch. Ja, weißt du, da gibt's was, das nennt sich Holz, ne? Damit kann man sich auch hochbauen. Ja, ist ja nicht so, als könnte man Dirt irgendwie schneller abbauen, nein. Ja, wenn du schön auf dem Baum drauf bist, ne? Boah! Ja, ja. Scheiße, was, ne? Da ist man schon Pol und dann hat man nichts zu arbeiten. Nö, 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 nö! Gibt's auch. Ja. Lol. So, wie war das? Nein! Wie war das? Hä, hä, hallo? Ist ja, ist ja sau unproduktiv, aber sagen wir es keinem, ne? Ich hab so Holzsachen, aber nö, nö. Egal, ich mach mehr mehr als du mit deiner Hand. Wow. Warte, ich hab gleich Diamanten. Ja, ja. Hier, unter, unter den zwei Blöcken. Ja. Und so, ich brauch Stein. Ach, da drücken. Ja, ich, 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 ja, hier. Hier haben wir auch gleich Kohle. Und n' Chicken, ja, ja. Juhu. Ja, ja, ja. Ja. Und ne Flederbaus. Und spinnen. Ich glaube, ich spinne. Ahaha. Oh Gott. Ruhig bin Avira. Ich, ich mach Updates. Hallo. Später. So. Hat's er? Ja. Ja. Warum, warum konnte ich den Kohleblock nicht abbauen? Alter. Hallo. Okay, Gott. Jetzt hab ich produktiverweise mein Crafting-Table drübbel, äh, bläh. Ja, drübbel. Ja. Ja, drübbel. Ja, drübbel liegen lassen, ja. Lass mich in Ruhe. Drübbel. Ja, ja, ich lass auch immer meine Sachen drübbel liegen, ne. Oh, puh. Hast du eigentlich ne Minimap? Äh, nein. Ich hab gar keine, äh, den ganzen Klackens. drauf, oder wie auch immer. Oh mein Gott, in diesem Licht bist du wunderschön. Alter. Okay. Oh, und das macht dich nur einfach... Das betont deine Wangen. Ja, toll. Ja. Ja. Du wirst gar nicht das Holz so lange halten können. Das ist Qualitätsholz. Ja, also, wenn ihr Holzspitzsacken macht, dann nur aus Tropenholz. Das ist Qualität, ja. Sag mal, kommt mir das nur so vor, oder wurden Fackeln irgendwie dunkler gemacht? Ne, du wirst einfach von Zeit zu Zeit blinder. Oh. Hallo. Ich seh da einen Map... Oh, ja, ich seh da einen Map auf dem Dorf, ja. Gut. ja okay also ja 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 plug-ins und nicht mods ja ist doch ganz egal wie auch immer ist nicht egal hallo dafür werden wir zu geflamen von den leuten die uns nicht zugucken alter was denn wenn du mir im weg stehst meine exp warte dahinter ist doch sicher nicht noch ja ja da kommen gleich die mann hier ich noch nicht verlangt da kommt gleich obsidian oh ja definitiv das ist neu hübsch sieht der zombie hier aus also ich würde sagen da ist ein dorf dass wir da zuerst hin gehen und vielleicht dafür sorgen dass die dorfbewohner da überleben weil man ja mit den handeln kann ja wir uns machte ach nee stimmt ja man kann ja auch mit anderen sachen mit den handeln ja und uns vielleicht ansiedeln fürs erste ja der kohle ganz so also einfach voll so durchvoll durchschnorren und so was noch den workbench die habe ich da hinten liegen warte ich heute okay gut wie eine frohe alle sachen überlegen lassen okay ich komme nie wieder raus wo bin ich jetzt lang gelaufen die hülle war wirklich nicht so groß alles ja nee nee die ist nicht groß nee wo bist denn du ja ja merkst du was hallo hallo nein ich will nicht sterben ich bringe freunde mit motze 20 griefer nehmen und ich bin aber so ein geschwert und so ist das schon scheiße ja ich will die weg wenn es so anstatt hier einfach links vorbei zu gehen ich bin schneller hier habe ich eisen übersehen ja boah die halt nicht hier hin so was ach so einfach rum wollten wir nicht zum ja ist es ja nicht so als bräuchte ich einen spitzhack oder irgendwie sowas noch meine fresse ich ernähre mich mal ganz gesund ja ich habe gefragt wo das dorf ist aber es ist bei meiner fresse gut ey ne ne das kannst du übersehen ja hier sind doch sicherlich irgendwo kisten mhm krieg ich hier schon mal nix warte mal hast du grad ernsthaft gesagt hier sind doch sicher irgendwo pistons ja pistons ganz sicherlich nein nicht pistons pistons also gut ja ja hier sind pistons ja die die stehen in so einer ja die stehen so in der hülle so also ich würde sagen wir wollen jetzt erstmal nur über ne ja ja klar hallo steinspitzhacke ohne rüstung klappt ja warum nicht wie kommt man hier in das häuschen oder war ich da gerade ne war ich gar nicht ja verpisst dich halt ne das ist wenn ich hier noch die höhle ausbeuten ich frage mich wie ich da hochkomme das ist so produktiv hier in der tür so zwei blöcke hoch da sprich so hoch springe ich weißt du vor allem wenn drunter wasser ist ja ich hab kein dirt ab ja die dorfbewohner sind halt skilled verstehe das liegt an der langen nase verstehe ich nicht gut und die können auch gut klarinette spielen verstehe in der dörfern kisten oder nicht ja vielleicht so in ein zwei häusern aber dann sind auch nicht immer sachen drin wenn doch dann sind also getragene unterhosen ich bin so blöd okay ja so ne hose entscheidet auf upcode 2 oder so also wenn du grad sehen würdest du mich hier grad verzapfen würdest du mich soviel dumm für bezeichnen ja so für dumm ähhhhh oh gott ähhhhh uiiuuuue bemängel halt alles ich hab den fail schon selber verstanden lass mich in ruhe wo bist'n du eigentlich Ich bin immer noch in der Höhle, hallo? Achso, gut. Ich baue hier die ganzen Sachen ab. Einer muss ja... Also ich glaube nicht, dass hier irgendwo in dem Dorf Kisten sind. Du machst das wie dunkel. Ich hab Angst. So'n Scheiß, aber auch wir haben Holzschwerter, reicht aus. Darf ich mich zu dir ins Bett kuscheln? Ich hab noch keins. Ja, da siehst du dich auch nicht. Wir müssen uns beim Villager ins Bett kuscheln. Weißt du, die wollen einfach nur ihre Ruhe und dann kommen da so zwei Leute und... Fang an so die ganze Stadt zu verwüsten. Wär ja nicht Assi oder so, ne? Nö. Ne? Mach mal einfach mal. Ich geh zum guten Ton. Oh, ich hab nen Creeper-Spawner. Oh je, nen Creeper-Spawner. Ja, nen Creeper-Spawner. Verstehe. Wär auch gar nicht Assi oder so. Ne. Lass mich in Ruhe, ey. Okay. Guck mal, ich hab ein Spinnenauge, die sind sehr nahhaft, hab ich gehört. Cool. Ich hab nen Creeper. Cool. Die sind sehr harmlos, hab ich gehört. Ja. Okay, ich hab der Match. Ja, die sind sehr harmlos. Ich hab Level 7! Gut, ich hab Level 2 und ich hab nur noch 3 Herzen. Oh, ich hab Level 8. Okay, hier hinten ist nichts. Weißt du, wie er einfach gekonnt an der Code vorbeiläuft, ey. Meine Fresse. Oh Gott. Warte, wo komm ich her? Oh Gott, ich bin jetzt... Oh. Ja, guck einfach mal nach oben, ne? Ja. Ja. I make you sexy. I make you sexy. Oh Mann ey. Das Wissste ist, da wird das immer von so Möchtegern-Hübschen gesagt werden. I make you sexy. Also Adventure-Maps werden wir schon mal nicht spielen. Ja. Nicht? Warum nicht? Weil ich... Alter. Ey, ich hab nur noch 2 Herzen. Ja und? Ich hab nur noch 4 Herzen. Guck mal, das ist ne Fledermaus. Denkst du, die wird zu Dracula? Hast du vielleicht überhaupt nen Flash oder sowas? Ja, ich hab ein Spinnenauge. Oh Gott. Ne, das fühle ich nicht. Ja, sag doch einfach, dass hier unten nichts mehr ist, du Assi. Da ist nichts mehr, Alex. Ne, ne, wirklich? Lol. Ey, ich werd hier so krepieren. Aber egal. Willst du vielleicht mal meine Items nehmen oder sowas? Also, ich hab grad vor, noch ein bisschen Stein abzubauen, bis mein Spitzhacke kaputt ist. Ah, Stein. Das ganze Zeug. Warte, nehm mal das ganze Zeug, was ich hab, weil ich... Ja, ja, ich nehm das mal, ja. Ja, ja. Ja, ich nehm das mal, ja. Ja, ja. Ist mir egal, ich lass es hier jetzt liegen. Hallo. Hallo. Boah. Ne, man ist ja auch gar nicht drauf angewiesen. Ne, ne. So Eisen ist besonders nicht am Anfang selten, ne. Heißt du, und jetzt hab ich auch meinen Fail erkannt. Ich hab versucht zu rennen. Mit... Wie war's? Mit unter drei... Matze, du musst mich ins Krankenhaus bringen. Hungerpunkten. Oder wie die heißen. Warum? Meine Spitzhacke ist mir quer am Gesicht irgendwo hängen geblieben. So Stückchen, so. Die ist grad einfach zerfetzt. Das war so High-Quality, weißt du? Ja. Hä? Lol. Hä? Jetzt gibt's in Dörfern schon, äh, schon Laternen. Ja. Ich glaub, die gab's schon immer. Ja. Oder nicht. Komm mal her. Das sind sehr produktive Laternen. Die sind noch gar nicht verbuggt, ne. Also ich weiß ja nicht, aber bei mir ist irgendwie Minecraft so, dass die Fackeln immer an den Blöcken dranhängen, ne. Verstehe ich nicht. Aber ich weiß ja auch nicht, ne. Ich... Ich will auch. Das sind magische Laternen. Ja, ja. Laternen aus Harry Potter, so wie es gleichs neun Dreiviertel, ne. Ja. Ja. Ja, und die hier kann schweben. Das ist die Laterne. Ich muss sie anbeten. So wie lange nehmen wir schon auf? Ich weiß gar nicht. Am Ende komm ich mit dem Uploaden nicht hinterher. Wie wär's, wenn wir hier einfach mal nen Cut machen und dann... Nein. Wollen wir den nächsten Let's Play anfangen? Ne. Das ist doch unproduktiv. Na... Ja, unproduktiv. Ja, unproduktiv. Ich bin derjenige, der es hochlädt. Also puh. Ja. Auf dessen Kanal richtig meinen. Oh, na und? Und ich... Ich wollt grad sagen, guck mal hinter dir vier Creeper, aber da waren's nur Villager. Ja, ne. Ich glaub, wir machen jetzt hier erstmal nen Cut. Okay. Gut. Bis zur nächsten Folge.